Jetzt können Sie wieder die Gelegenheit nutzen und sehr viel Geld sparen hier in unserem großen Herbst-Sale bei Pöll TV. Und heute haben wir mit einer meiner Lieblingsprodukt-Kategorien, nämlich wenn es draußen kalt wird, nass und ungemütlich, sollte man sich doch die Wärme nach Hause holen. Und wir haben hier ein Bioethanol-Dekofeuer für Sie mit einer Tornado-Flamme und ich habe da schon vor der Sendung richtig reingeschaut. Mir wurde schon vom Zusehen warm und ich finde das jetzt einfach beeindruckend, dass man sich das jetzt einfach ganz einfach nach Hause bestellen kann und hier sogar nochmal 25 Prozent spart im Vergleich zu Pöll TV. Ja, das ist für mich ein absolutes Dekoheuer. Links von uns steht es, da sehen Sie es jetzt bei uns im Studio, hat eine stattliche Höhe von fast 40 Zentimetern. Aber das Wichtige ist das Flammenbild. Unten ist ein Tank drin, da kommt Bioethanol rein und jetzt passiert Folgendes. Bioethanol hat an sich schon immer diese wunderbar farbige Flamme. Aber hier sehen Sie an den Rändern, dass wir hier Aussparungen haben. Und da wir ja ein physikalisches System haben, warme Luft nach oben steigt, strömt hier jetzt kalte Luft hinterher und dadurch wird dieser einzigartige, und ich glaube Sie sehen das schon, Tornado-Effekt erzielt. Und das mit einer Füllung bis zu einer Stunde lang. Und jetzt stellen Sie sich mal zu Hause vor, mal kein Candlelight-Dinner, sondern ein Tornado-Flammen-Dinner oder Ähnliches. Und du hast recht, schon allein beim Anschauen, beim Züngeln dieser Flamme wird es einem richtig warm ums Herz. Müssen wir nochmal sagen, ist natürlich keine Heizung, es wird ein bisschen wärmer in der Umgebung, aber es ist ein absolutes Deko-Highlight. Bioethanol bekommt man für ein paar Euro überall im Einzelhandel, das ist überhaupt kein Problem. Machen Sie den rein, das ist geruchlos, hinterlässt keine Asche oder andere Spuren, gibt keinen Ruß, es ist einfach nur eine tolle Flamme. Worauf ich Sie noch hinweisen möchte, wenn Sie dann mal nicht bis zu Ende brennen sollte, sondern Sie möchten sie vorher löschen, bitte nicht auspusten. Das ist bei Bioethanol keine gute Idee, wir haben eine Löschhilfe mit dabei und die wird einfach aufgelegt, die ist in einem langen Stab und dann wird die Flamme erstickt. Also nur beim Löschen bitte nicht auspusten, aber dieser Preis ist einzigartig. Und schauen Sie sich das an, das ist diese Faszination Flamme und jetzt auch noch in Tornadoform für diesen einzigartigen Preis, also 26,99 Euro, wäre mit Sicherheit auch eine richtig tolle Geschenkidee. Ja, also ich glaube, es sind nicht nur wir beide fasziniert, viele unserer Zuschauer werden auch fasziniert sein von diesem Flammenbild. Und faszinierend ist natürlich auch der Preis, Monika hat gesagt, 25 Prozent sparen Sie heute, wir schauen direkt bei Pearl.de. Ja, und da sehen Sie es, wir werden nämlich bei Pearl.de bei knapp 40 Euro, bei 37 Euro und Ihr TV-Sonderpreis liegt hier in unserem großen Herbst selber bei eben nur 26,99 Euro. Ich finde das unfassbar toll, den Preis und eben auch unfassbar schön. Also ich könnte da wirklich eine Stunde reinschauen. Das ist einfach sehr beruhigend, gerade wenn man vielleicht auch einen stressigen Alltag hat und dann nach Hause kommt, dann kann man sich richtig schön entspannen. Und gerade eben dieser Tornado-Flammeneffekt finde ich besonders hervorzuheben, weil sonst gibt es natürlich auch einfach Flammen, die brennen. Aber ich finde, die ist nochmal besonders schön. Noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie das zum ersten Mal verwenden, werden Sie es sehen. Wenn Sie es anzünden, das Bioethanol, es wird nicht sofort so züngeln und diesen Tornado haben und dieses Flammenbild. Bioethanol braucht da zwei, drei Minuten dafür, aber dann ist es da und dann wird ja auch die Luft erwärmt und dadurch dann dieser Tornado-Effekt erzielt. Also bitte nicht nach einer Minute sagen, oh meine Lampe ist kaputt, die funktioniert nicht. Doch sie funktioniert, sie braucht nur ein klein wenig Zeit, um die Physik, die physikalischen Kräfte auch auszunutzen. Aber dann ist es Faszination pur und heute absolut zum bezahlbaren, noch nie dagewesenen Preis. Ja, 26,99 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Also vielleicht jetzt auch zugreifen und bestellen und einfach mal verschenken. Ich finde, das ist auch eine super Geschenkidee. Und natürlich brauchen Sie sich keine Gedanken machen, wenn Sie es wieder ausmachen wollen. Ralf hat es schon gesagt, da gibt es einfach so ein Plättchen mit einer Stange dabei, wo Sie es einfach wieder ersticken können, die Flamme. Und dann ist es auch schon wieder aus, die Bestellnummer. Genau, das hast du gerade in der Hand. Die Bestellnummer, die NX-6230 und die 569. Und wir haben es Ihnen gerade nochmal gezeigt. So einfach geht es dann auch. Viel Spaß damit.